Hi, ich bin Jemidri und willkommen bei Mildstep. Heute kurz eine Vorstellung einer CNC-Friese PA6050 aus unserem Hause mit einigen Sonderausführungen. Also viel Spaß. Ja, ich stehe jetzt hier vor einer PA6050 V3 CNC-Friese. Erstmal sorry für meine Stimme. Ja, keine Ahnung, war vor ein paar Wochen krank. Die Stimme war weg und die Stimme kommt irgendwie nicht wieder. Aber ich denke, damit kommen wir auch klar. Mich kann man, glaube ich, verstehen. So, kommen wir zu der Maschine. Das ist eine 6050 V3 mit Z200. Das Besondere an dieser Maschine ist, die ist für den Uhrenmacher. Das heißt, hier kommt es auf Präzision an. Dementsprechend sind die Antriebe sowie auch die Auflösungen so hoch geschraubt, dass wir die möglichst höchste Präzision auch erreichen, sowie auch die Auflösung. Und das ist bei der Maschine auch konfiguriert worden mit den Standardkomponenten, die wir verbauen. Das heißt, bei der Maschine haben wir jetzt eine Auflösung von unter einem µ. Das heißt, die kleinste Bewegung, die die Maschine sich bewegen kann, ist unter einem µ. Genau, dementsprechend bei so einer hohen Auflösung können wir auch maximal nur 100 mm pro Sekunde fahren, weil das hat was mit der Taktfrequenz zu tun. Das Besondere an dieser Maschine ist, hier ist ein Werkzeugwechsler drauf. Das ist die erste Maschine mit diesem Werkzeugwechsler mit Deckel. Ich führe ihn nochmal kurz vor. Das heißt, wir haben jetzt die Funktion, um den Werkzeugwechsler zu öffnen und zu schließen, verlagert auf dem Handrad, sodass man die Maschine auch über das Handrad, oder den Werkzeugwechsler über das Handrad öffnen kann. Dazu haben wir jetzt die freie Funktion ausgewählt. Auf dem Handrad rechts unten ist die Taste. Mit OK klikieren wir. Dann fährt der Wechsler auf. Genauso schließen ist der Wechsler zu. Der Wechsler hat ebenfalls Sensorik, oder zumindest der Deckel hat Sensorik mit drin, sodass die CNC-Graf auch das Ganze überwachen kann und nicht stumpf auf den Wechsler fährt, ohne vorher zu wissen, ist der Deckel überhaupt auf oder zu. Also ist das, die Sicherheit ist gewährleistet. Der Deckel wird von der Software aus überwacht. Wir haben jetzt hier eine Spinogy-Spindel drin mit 2,2 kW, wassergekühlt, ISO 20 Aufnahmen und SK ISO 20 und ihr 20 Spannzeugen. Die Werkzeugwechselsysteme, die wir bisher gebaut haben, waren überwiegend offene Systeme. Und somit ist das jetzt eine neue Konstruktion und eine neue Entwicklung. Die werden jetzt bald auch veröffentlicht und online gestellt. Ebenfalls bei der Maschine, wie man hier sieht, minimalen Mengenschmierung, Schnittstelle für den 3D-Taster. Das Ganze ist eingehaust und bei der Maschine hat der Kunde uns eine Höhe vorgegeben. Durch die Einschränkung der Raumhöhe sowie auch die Durchgänge bei den Kunden hat er gesagt, das ist meine Max-Höhe von 2,10 Meter, glaube ich, oder 2 Meter, durften wir nicht überschreiten. Dementsprechend ist die Kabine reduziert worden. Und bei der Maschine haben wir hier etwas weniger Platz von der Höhe her, aber das ist vollkommen ausreichend. Somit wird die Maschine jetzt den nächsten Tag wieder zerlegt, verladen und nach Dresden gebracht, dort aufgestellt und die ganze Geschichte in Betrieb genommen. Wir gehen einmal durch, was in der Maschine alles verbaut ist. Das ist 60, 50, wie gesagt, 600 mal 500 Fahrfahrweg. Wir haben hier ein Closed-Loop-System von der Ansteuerungsart. T-Noten-Tisch ist auf der Maschine drauf. Für die Maschine ist ebenfalls ein Z-Finder. Ich hoffe, man sieht das. Hier rechts unten ist nicht der klassische Werkzeug-Längentaster, den wir haben, sondern der Kunde, der Uhrenmacher, braucht Präzision und dementsprechend ist der nochmal eine Nummer präziser. Der Werkzeug-Längentaster oder hier genannt Z-Finder, der ist induktiv und hat Platz hier rechts unten gefunden. Das ist auch, da wollte der Kunde einen bestimmten Werkzeug-Längentaster installiert bekommen. Was haben wir hier noch? Interessantes CNC-Handrad, ist klar. Spannzangensatz, die Spannzangen. Hier sind ebenfalls Spannzangensatz liefern wir direkt mit der Maschine mit. Das sind hochpräzise Spannzangen, die eine Rotwaffgenauigkeit und 5 µ haben und somit Klasse 1 entsprechen. Die Steuerung ist ebenfalls erweitert worden für die vierte Achse. Das heißt, der Kunde wollte sich die Option offen lassen, in Zukunft auch vierachsig die Maschine zu benutzen. Und vorbereitet ist die Maschinensteuerung für die vierte Achse. Und in Zukunft soll das irgendwann mal mit nachgerüstet werden. Dann Minimalmengenschmiersystem. Wie gesagt, hier haben wir unsere Düse. Die sitzt auf dem Magnetsockel. Das ist ein gummierter Magnet. Und den kann man dementsprechend dranpeppen an das Blech. Und oberhalb der Düse haben wir noch die Drossel. Betrieben wird die Minimalmengenschmierung mit Druckbereich bis drei Bar. Im Regel also zwischen 1 und 3 Bar. Je nachdem, was benötigt wird von der Menge, sowie auch von der Luft. Und somit ist hier noch eine Drossel, mit der stellen wir rein, nur den Druck an der Düse auf. Die Maschine an sich hat eine Druckluftversorgung von 8 Bar. Das ist gefordert für das Werkzeugwechselsystem. Ebenfalls mitbestellt worden ist zu der Maschine ein Kompressor. Weil der Kunde von der Ausstattung her keinen Kompressor besitzt. Aber für das System benötigen wir einen Kompressor. Und da haben wir dem Kunden, liefern wir auch einen Kompressor mit. Den blende ich gleich einmal kurz ein. So, nächste Position die Kondakam. Die Kondakam wird ebenfalls mitgeliefert. Dazu bekommt der Kunde natürlich eine Einweisung, sowie auch voraussichtlich in der Zukunft auch eine Schulung. Wo wir dann gezielt auf die Anwendungen, oder zumindest auf die Anforderungen, die der Kunde benötigt, dass wir einmal in der Kondakam durchgehen. Und dort den Kunden drauf schulen. Aber ebenfalls, wie immer, Support ist immer im Preis enthalten. Das heißt, bieten wir auch gerne mit an. Wenn jemand irgendwie Fragen hat, oder irgendwo nicht weiterkommt, meistens sind das Programmierprobleme. Einfach durchklingeln, kurz durchklingeln, ist dann ziemlich schnell geholfen. Die Maschine hat noch einen digitalen 3D-Taster. Den habe ich hier vorbereitet. Das heißt, der wird vorab bestückt. Wir haben hier eine ISO 20 Aufnahme. Und der 3D-Taster ist direkt mit drauf. Hier haben wir eine Schnittstelle. Und das ist die ganze Einheit für den 3D-Taster. So wie auch die Schnittstelle ist oben an der Z-Achse vorbereitet und installiert. Ich fahre die Maschine mal ein bisschen in Position und führe das einmal kurz vor. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem 3D-Taster arbeiten möchten, müssen wir hier den Rickel, oder den Stopfen, dann mal rausschrauben. Somit ist die Schnittstelle hier frei. Über das Handrad können wir die vorhandene Aufnahme auswerfen. Oder falls die leer ist, können wir dann direkt den 3D-Taster einstecken. Wir nutzen immer die Taste links unten und OK für den Auswurf. Die Aufnahme nehme ich raus. Schließe das Ganze, leg die Aufnahme daneben. Nehme ich mir jetzt mal den 3D-Taster zur Hand. Ob mal öffnen. Slicsel. So, der 3D-Taster ist in der Spindel drinnen. Schließe den Taster auch direkt an. Und man sieht, er leuchtet. Ich hoffe, man sieht das. Ich fahre mal ein bisschen nach vorne. Somit ist der 3D-Taster installiert in der Maschine. Und jetzt kann ich auch die Funktion starten, um den Nullpunkt zu setzen, um den Oberfläche abzutasten. Ich starte das einmal in der Software, kann ich dann sagen, Nullpunkt automatisch setzen. Jetzt angenommen in X+. Ich sage Start. Die Maschine fährt jetzt langsam in X+. Und sucht den Nullpunkt. Jetzt, je nachdem, hier ist mein... Zack, wurde betätigt. Und fährt direkt den Aufsicherheitsabstand frei. Und somit ist der Nullpunkt gesetzt. Wenn man mit dem 3D-Taster die Arbeiten abgeschlossen hat, stöpseln wir den raus. Handrad zur Hand. Die ganze Aufnahme auswerfen. Auswerfen. Oh, erstmal die Meldung. In der Software habe ich eine Meldung bekommen. X-Wert des Nullpunktes wurde erfolgreich gemessen. Ich sage okay. Den hat er somit übernommen, den X-Nullpunkt. Und nun kann ich die Aufnahme auswerfen. Und mein Werkzeug wieder in den Spindel reintun. Und den dann wieder in die Schublade oder sicher ablegen, dass der nirgends herunterfällt oder beschädigt wird. So, das ist die Arbeitsweise mit dem 3D-Taster. Natürlich schließen wir den Deckel auch wieder, dass dort kein Schmutz mit reinkommt. Und das Ganze ist auch auf einer Kette absichtlich. Früher hatten wir keine Ketten. Dann sind die Deckel immer verloren gegangen. Und so schrauben wir in die Schnittstelle fest. Und das ist jetzt safe. Trittest haben wir Spanneisen. Also jedenfalls mit der Maschine wir direkt einen Satz Spanneisen, um etwas auf den Tisch zu spannen, mitgeliefert. Zeigt hier einmal die klassischen Spanneisen. Wir führen die nur in Stahlausführung. Und das sind die Spanneisen. Die sind bestückt direkt mit Nutensteinen, mit einer M6er Gewindestange, mit einer Gegenschraube. Und somit wird es, wenn wir es auf dem Tisch befestigen möchten, in die Nut eingeschoben. Da haben wir zum Beispiel Werkstück. Draufgepackt. Ausjustiert. Und somit kann ich einen Teil direkt auf den Tisch spannen. Das sind die Spanneisen für uns. So, Sicherheitskabine hatte ich erwähnt. Bei der Sicherheitskabine, wie gesagt, ist der einzige Unterschied, dass das Ganze niedriger ausgeführt ist. Aber ansonsten untergestellt, wie gehabt. Stahl untergestellt, pulverbeschichtet. Und oben drauf die Sicherheitsheinausen, das Gloprofilen, alle Verbundplatten, sowie auch die Sicherheitsscheiben, PETG-Scheiben. So, Spindelsatz. Genau, mit den Maschinen wird immer das gesamte Paket mitgeliefert. Spannschlüssel, für die Aufnahmen zum Beispiel, wir haben extra einen neuen Spannschlüssel, einen Maulschlüssel, um die ISO 20-Außenahmen mit befestigen zu können. So wie auch der Kunde hat, jetzt ein paar mehr von den Aufnahmen bestellt. Wenn wir den Werkstück-Tex-Lime aufmachen, ist der jetzt mit fünf Aufnahmen bestückt. Und die sechste ist in der Spindel drin. Und das sind jetzt noch drei weitere, besser einer für den 3D-Taster ist noch reserviert und zwei weitere sind frei. Das heißt, wenn ich jetzt eine Bearbeitung habe, mehr als sechs Werkzeug, dann legt die Maschine dementsprechend den Werkzeug 1 bis 6 im Wechsler ab, fährt in die Parkposition und fordert uns auf, ein Werkzeug, was größer als 6 ist, händisch einzuspannen. Das können wir über das Handrad auch tun und dementsprechend weiter zufrieden. Das heißt, die Maschine holt sich dann das siebte oder höheres Werkzeug nicht aus dem Wechsler, sondern aus der Parkposition. Wichtig natürlich, dass die Werkzeuge alle vorher vermessen sind. Genau. Also wie gesagt, Kompressor ist ebenfalls mit dabei, der sechsfache Werkzeug. Da sind noch kleine Vakuum-Tische, wollte der Kunde ebenfalls mithaben. Wir haben jetzt 300 mal 100 Vakuum-Tische, zwei Stück. Ich nehme die mal zur Hand. Bei denen ist jetzt der Vorteil, die kann ich mir, je nachdem, wie ich die auf der Maschine anordne, Sekunde, ich fange mal kurz frei. Na? Je nachdem, wie ich die auf der Maschine anordne, ob längs oder quer, kann die untereinander mit dem Schlauch verbinden und, ja, kleine Werkstücke auf der Maschine bearbeiten. Und die Vakuum-Tische fertigen wir bei uns im Haus, sowie auch die Befestigungen sind angepasst auf unsere Maschinen. Wir haben ein eigenes Raster, was die, was die Spannung auf dem Tisch betrifft und dementsprechend sind hier die Befestigungsbohrungen dementsprechend auch ausgelegt. Genau. Vakuum-Tische, so Vakuum-Verteiler. Ich nehme euch mal mit zu dem Vakuum-Verteiler. So, hier sehen wir den Vakuum-Verteiler an der Ecke der Maschine befestigt. Hier haben wir insgesamt fünf Anschlüsse. Hier an der Ecke haben wir unseren Vakuum-Verteiler montiert. Unten sehen wir den Anschluss bis zur Vakuum-Pumpe. Rechts daneben haben wir einen Manometer, der auch tatsächlich uns den Unterdruck anzeigt. Fünf Anschlüsse für die Vakuum-Kammern. Oben ist noch ein Stopfen eingeschraubt. Das heißt, hier können wir den Verteiler auch erweitern und die Schläuche werden hier direkt zwischen der Revisions-Tür und dem Maschinentisch in die Maschine reingebracht. Das ist hier am höchsten Vorhang und da können wir ohne Probleme unsere Vakuum-Tische oder was auch immer mit anschließen. So, dann machen wir mal weiter. Genau. Niederzugs-Schraubstock hat der Kunde bei uns ebenfalls mitbestellt. Einfachen, kleinen Schraubstock. Das ist mit dem Vorbereitet 120er jeder Schraubstock recht einfacher erfüllt, aber es ist ein Zweck. Mehr braucht der Kunde auch nicht. So wie auch dazu die passenden Parallellehren, also solche geschliffenen Lehren, die kann man dann in den Schraubstock reinlegen, um eine gewünschte Höhe zu erreichen. Die haben wir, wie gesagt, die sind jetzt noch neu eingefettet und die sind in den Größen bis 30 oder 35 mm ist ein ganzer Satz. in der Holzkiste und das wurde eben mitbestellt. Auch das Verbrauchsmaterial wie die Lochgummimatten, Abdeckmatten zum Durchfräsen werden auch mitgeliefert. Dann haben wir hier noch zur Probe einmal von unserem Düsenhersteller und das Mittel für die minimalen Mengenschmierung. Genau, das kann ich auch einmal vorführen. Wir machen den Decker zu. bei uns ist der Behälter direkt in der Maschinenverkleidung versteckt. Das bedeutet, wir liefern mit unseren Maschinen direkt solche Spritzflaschen mit. Diese Spritzflaschen werden befüllt mit dem Medium, wie zum Beispiel hier das Sumnos, was wir zur Probe mitliefern mit der Maschinen. ein super Mittel, was von der Firma HPM angeboten wird. Haben wir ebenfalls mit dem Sortiment. Arbeiten wir selber auch ziemlich viel mit. Das heißt, das Mittel wird abgefüllt einmal in unsere Spritzflasche. Hier an der Seite blende ich euch gleich ein. Ich bin jetzt einmal über den Wechselwechsel gefahren und hier vorne sehen wir an der Spindel unsere Düse und rechts im Portal oder auch hier vorne im Portal ist unter der Blechverkleidung direkt der Behälter versteckt sowie auch der Füllstutzen. Ich habe jetzt den Stopfen einmal rausgeschraubt. Unter der Verkleidung ist der Behälter versteckt. Hier haben wir eine Füllstandsanzeige. Man sieht, unser Behälter ist ungefähr zur Hälfte gefüllt. Hier oben habe ich den Stopfen schon rausgeschraubt. Er wird einfach nur mit zwei Fingern rein und raus geschraubt. Der Stopfen an sich hat ein O-Ring direkt mit drin und dichtet das Ganze ziemlich gut ab. Und somit kommen wir dann mit unserer Spritzflasche die passt hier perfekt in den Füllstutzen rein und wir quetschen die Flasche und befüllen sie mit unseren Behälter. Das heißt, wir haben keine Schläuche oder ähnliches außerhalb der Maschine. Es ist sauber verpackt und innerhalb der Maschine perfekt abgeschlossen. Wenn wir das Ganze befüllt haben, nehmen wir einfach den Stopfen und schrauben den mit einer Hand. Das ist ein bisschen schwierig. Und schrauben die hier wieder einfach rein und dass da kein Dreck reinkommt in den Behälter. Und da legen wir ganz viel Wert drauf. Sauber und abgeschlossen. Wir haben keine Kabelschläuche oder ähnliches innerhalb der Maschine. Ich fahre mal wieder aus dem Gefahrenbereich raus. Und zwar in der Software ist es voreingestellt. Die Maschine oder in der Software definieren wir, dass die Maschine nicht bis also beim Fräsen sowie auch manuell bewegen nicht im Bereich des Wechselwechsels fahren kann. Ich habe jetzt natürlich diese Sicherheit deaktiviert, damit ich hier vernünftig die minimalen Wegschwierungen aber zeigen kann. Und ja, somit Werkzeugwechsel finde ich genial. Neue Erfindung und funktioniert sehr hervorragend. Und jetzt simulieren wir einmal den Werkzeugwechsel. Ich habe die Kamera jetzt extra nur im Arbeitsbereich positioniert. Ich gehe jetzt mit der Maus und sage bitte Werkzeug. Eins zum Beispiel holen dann passiert folgende die Haube geht auf und er fährt erst dann los bis die Haube also solange die Haube geschlossen ist fährt er gar nicht los. K graphics duty current begin shell bis die Haube bis die Haube bis die Haube so der deckel ist zu wechselvorgang abgeschlossen ja ich sage somit vielen dank das ist aber eine kurze vorstellung von besonders sehr ganz ganz stolz drauf von dem neuen weg für wechsel also einmal kurzen einblick da wird jetzt ein paar modifikationen werden in zukunft noch erfolgen so wir planen den deckel aus dem blech die schrauben werden ein bisschen versteckter sein und da wird einmal die verkabelung ventil einmal anders etwas anders untergebracht aber das ist zukunftsmusik da sind wir noch zu gange also von daher ja es gibt immer was neues und das gerade macht so mäßig viel spaß und somit hoffen wir dass der kunde ganz viel spaß damit hat und alles gute wünsche mir mit der maschine und viel erfolg und euch vielen dank fürs zuschauen und demnächst wieder neue videos alles klar vielen dank was gut